Wir sind schon wieder auf dem Radl. Der Wetterbericht für heute sagt voraus, dass wir die heißeste Gegend Spaniens sein werden. Maximal 36 bis 39 Grad. Aber wenn wir unschwer erkennen haben, geht es eben dahin. Unser Ziel heute heißt Leida und dann sind wir schon bei den Katalanen, also in Windrichtung Barcelona.